Willkommen zurück vor der baldigen letzten Schlacht in Dungeons & Dragons 2 und ich werde mal kurz wieder die Zauber ausstatten schwören kann ich nicht habe ich schon Plasma Cool ist endlich die nötige Stufe zu erreichen Merkwürdig und sehr schön 2.000 Gesundheit könnt gar nichts anrichten die fehlen auch noch einer wir laufen weiter geradeaus aber der Fall zeigt schon ein bisschen nach links und ich würde gerne sie haben und 2 heute ist er auch klar und weiter gehts ohne Umschalten sehr schön wenn ich noch Spezialschaden machen kann mache ich das auch ok das war es aber glaube ich schon und Eva hat 39 erreicht von der Stufe her sehr schön damit sie viel auf laut Auftragsbuch ja 37er Stufen höher das ist angedacht das ist angedacht das ist angedacht das ist angedacht Salz hat immer wieder gegen Gras gewissen hier sind noch welche hier hat man wieder das Gras gewissen muss da noch einen hier da sieht man echt glatt keine mehr bei so viel Leite die auf dem Boden liegen ok trecke nehmen trecke nehmen ich glaube aber gar keine Wandertrecke wird so viel kann sein uha Mr. Friedman hat wieder alles ausgetrunken hier das geht doch gar nicht warte mal kurz ab so so das ist auch der andere wieder da alle wieder hier guck mal nach hier haben wir noch mal eine Tränke also dürfte eigentlich kein Problem sein Heiträcke wird er noch ein Problem wow oh god du geh weg und ok damit ist Mr. Fried schon wieder froh aber hier können wir gleich zum Monster metzen und der Fähigkeit ist natürlich auch super so ist hier noch keiner nein keiner mehr weiter gehts und ich nehme mal den Fernkämpfer der hat noch mal aktive dieser Aufstieg ist tückisch wer genau wie unser Ziel wer was werden wir bei unserer Ankunft vorfinden wer waldis einen Mann keinen Gott egal was er selber glauben mag wer und was werden wir tun wer wir werden kämpfen und manch einer von uns mag fallen doch waldis wird sterben cool ok sie hat schon gesagt wir werden alle sterben ok ha 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 dass der Fäser noch aufpassen wird gehts bei ihm auch ganz schnell mit sterben und so dieser Bogenschützer ist leider wieder durch das ist los das das über wir und eine Fähigkeit ist schon wieder bereit man sieht hier sind ordentlich Leute dabei, aber ein Portal ich gehe in Portal wieder nicht also ich gehe nicht nur weiter höher, aber das war es dann auch wieder die Eifel kommt hier, sehr schön in der Fähigkeit und mein Freund war ja schon wieder mein Mann gesprungen so ich nehme die wichtigste Sache mit die andere Sachen können noch nicht hier bleiben ich habe gerade mal kein der sagt gerade lauf zurück ich kann eigentlich ein bisschen schuld in die Richtung laufen wahrscheinlich findet sich das immer noch auf der anderen Seite so ich kann aber lange nicht wieder kommen so sind jetzt einige Sachen laufen wir nach links oder nach rechts ach ok wir laufen nach rechts oder? hier kommen wir runter so gehen wir vielleicht erst selber oder irgendwas ach ich brüchte Teleporter ich weiß, bis jetzt wollen wir nach links laufen bisschen erkundigen dann kommen wir noch höher dann kommen wir raus zum Teil best wenigstens gut ok ein wen so lange hat nicht gegen es geworden das ist schön so was hier geht es doch immer noch ein für die Tür und die können wir nicht lang, also gehen wir wieder zurück wo wir runter mussten ohhh biester die waren bestimmt auch nicht mehr zwei Köpfe äh ungesund doch wir unsere Kriegesopfer fallen ah richtig schön und ganz viel Gold die Geeseele hoch was ist dieses hoch runter spiel oh Gott das ist aber das Schild ich segne alle Garnier oder sowas das ist gerade einer so der Schild verhüllt sich und wir fahren wieder grad nach oben was ich nie vorhört die Segel ist fest vorbei und wir fahren wieder nach oben so das besiegt der Hauptmann ein Störer von den Geister irgendwie zwei gleich können wir ja auch noch mal schnell besiegen sollte ja kein Problem sein okay aufsammeln und Bogenschützer hier rein mit dir aber noch ein Gesang sogar und wir haben was schönes aufgesammelt für ihn Wurfmesser okay ein Wurfdeutsch eher gesagt dann hier hoch wieder mit uns kommen wir hier hoch da oder nie da und hier kommen wir auch nochmal runter für den Zauberspruch Natu Magier den Sesam öffnen wird auch ein Spruch oder ein Gesang eher gesagt drüben existiert nichts weiter und wir können hier durch Kampf Magier und erstmal Google mal auswählen gucken wie das wirkt und natürlich eine Truhe und ein Gesang aber da kam jetzt gerade keine Message als hätten wir diesen Gesang schon gehabt und dann können wir auch nochmal hoch Oha Drei auf 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 ins schen ach der fällt noch gut 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 auf den Kampfmangel so nochmal an und auch mit wow wow jetzt ist nur noch sie da obwohl dann auch wieder zurück so und hat alle wieder vorbeigezaubert super gesundheitstraum hu hu so und wie geht die hoch oh hallo ich glaube ob wir haben schon die Türen das irgendwo reichen oder was ach das ist schon hier so ist besser und runter nochmal ne hier nicht so hier rauf so hier rauf hier rüber hier rüber hier runter und hier rein ach nein echt echt nicht schon wieder bitte nur boah ordentlich mit hoch 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 ein bisschen heilen und dann können wir rum runter Ja, gemeinsam mit Siemens an die Tür. Ah, das ist wies. Ich habe auch gesiebt. und mein Tumor ist auch wieder da super gesundheitshalben aufgesammelt und hier rein Ziele Stimmt wieder nach draußen die Geister sind schon ziemlich happig und dadurch weil ich zu kurz akzeptiert habe freut mich nicht mehr und hier kommen ja noch mehr Viecher Keine neue Clips vorbei Aaaaah jetzt aber So, die finale tot Was ist hier noch? So, alles mal aufsammeln Oha, wo sind wir gelandet? Ok, weil ich halt ja hier bisschen stärker sind und gleich noch mal Drecke nehmen Vorsorge Aaaaah Wir haben leider keine Drecke mehr Verdammt Verdammt Wir haben keine Drecke mehr und die können auch nichts mehr tragen aber wir haben Gesang gefunden Wir sind halt in so einem speziellen Raum Ja, und dann würde ich sagen laufen wir wieder nach unten Oh, dann sehen wir uns jetzt mal wieder in diesem Kerkerbereich Leider habe ich keinen Teleporter gefunden Ein bisschen ärgerlich Muss ich halt nochmal hierher laufen nächstes Mal Aber egal Bis dahin Euch noch einen schönen Tag Ciao Ciao